und damit herzlich willkommen zurück zu life is strange wir sind im wohnhaus gerade und da laufen die zwei vorbei und bringen victoria ihr handtuch meine nase juckt das ist ganz toll für den beginn einer aufnahme wenn die narze juckt wenn die nase juckt so ich muss mir jetzt die störung 217 stella hill Wer ist Della Hill? Okay. Das stimmt allerdings. Ich finde Schulen immer auch furchtbar unübersichtlich oder Universitäten. HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Dies sind ernsthafte, lebensbedrohliche Krankheiten. Niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt. Für weitere Informationen, choose health at choosehealthadmin.id. Belohnung. Am 6. Achso, das kennen wir schon. An die Stampe, die mein Frandio-Cremium gestohlen hat. Das Zeug ist scheißteuer und ich brauche sie gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schält und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Uuuh. Geh, Miss Grant. Ich bin nicht sicher, ob ich will, aber ich bin ein Verlager. Lass dich nicht von Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufträgliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert werden. Mitglied des Lehrkörpers und des Schülerrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren, um diese Angelegenheiten zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesem Eindringen in eure Privatsphäre. 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum Aula. Ich muss tatsächlich gestehen, ich geh zu sowas auch nie hin. Taylor ist ein Slave. Ist das ein Vortex-Klub oder ein Victoria-Klub-Initiation? Truly pathetic. As if. Natürlich. Also nie Kerle in so ein Mädchen-Unheim gehen. Ich würde gerne ein Fotokollage machen, von jeder Person, die diese postet. Sei nicht englisch, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Auch unter 21 Jahre können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder Zv... Was? Zvrotowka. Wir trainieren mit perfekten Plastik-Nachbildungen. Spaßig und sicher. Kommen für deine Demonstrationen in unserem Bunker vorbei. Montag bis Samstag, 10 bis 17 Uhr, 147 Uhr. Ich habe immer ignoriert die großen Hunde. Jungs und Mädchen im Blackboard erhalten einen Rabatt von 20%. Ich muss jetzt tatsächlich... Es ist so zum... Kenn ich das? Ich habe... Jetzt wird der Aufnahme angefangen und jetzt muss ich schnäuzen. Das ist so nervig. Okay. Okay. Es war in meinem Tempo eine Spinne. Toll. Ich denke... Ey, ich habe richtig Glück heute. Soll ich nicht dazu... So, sorry für die kurze Unterbrechung. Okay. Und dann habe ich auch schon die Exciting, ähm, halt, von hier komme ich, äh, Situationen in einem stillenden Wohnheim zu wohnen. Wieder ein vermissten Poster. Ich finde das irgendwie eklig. Noch mal ein vermissen Poster? Vielen Dank für die Warnung. Ach so, der Vortex-Club. Okay. Ach, da können wir nicht rein. Okay. Da können wir auch nicht rein, weil da liegt das Klopapier vorn dran. Sie leben. Okay. 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 Ich wüsste auch nicht, was ich da hinschreiben sollte. Hier wohne ich. Das ist dein Planet und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere, also erhebe deine Stimme, rette die Erde. Das ist irgendwie gruselig aktuell. Oh Gott, ich habe so die Namen vergessen. Haben wir nicht irgendwo unser... Ich habe keine Warnung hier drin. Ich habe auch keine Brooke. Okay. Ähm. Wir haben ja noch nicht alles gelesen. Ach, Warnung ist doch der. Okay. Ähm. Genau. Nächste Seite. Alles wird sich gerade so surreal an. Ich kann mit niemandem darüber reden. Nur mit einer Person vielleicht, aber ich habe sie seit fünf Jahren nicht gesehen. Ich könnte mich Warnung anvertrauen. Er ist schlau und wissenschaftlich. Vielleicht hat er eine Erklärung. Keine Ahnung, was für eine. Bis ich es durchschaue, halte ich es besser geheim und konzentriere mich auf die Schule. Warnung möchte seinen USB-Stick zurückhaben. Dabei konnte ich mir die ganzen coolen Serien und Filme noch gar nicht angucken. Ich habe ein paar Episoden Doctor Who und Act X gesehen. Alles von Fullmetal Alchemist sowie Faster, Psychiat, Kill Kill, Krasse, Amazon und Schwarz-Weiß. Der zuufvolle Cyberpunk-Tripp in unglaublichen Bildern und Scott Pilbim zum zirka tausendsten Mal. Ich habe einen vermissen Post von Rachel Emmer gesehen. Einer hübschen Blackwell-Schülerin, die verschwunden ist. Es ist traurig, ihr lächelndes Gesicht zu sehen und an all die schrecklichen Dinge zu denken, die passieren können. Wenn ich sechs Monate zurück könnte, würde ich es sofort tun. Ich musste zurück ins Warnung, um Warnungs USB-Stick zu holen. Und Victoria und ihre Vortex-Weiber blockierten den Eingang und schossen sogar ein Foto von mir. Wie in einem Film über die Highschool, einfach unglaublich. Sie hat tatsächlich Fick dich und deine Selfie gesagt. Es war lustig, warum muss sie sich so verhalten? Sie hat doch schon alles, was sie will, oder? Sie zwang mich dazu, meine Fähigkeiten einzusetzen, bis ich einen Weg fand, an ihr vorbeizukommen. Ich würde sie kraftig für Trivial-Scheiß einsetzen, besonders wenn sie wirklich ein Geschenk des Universums ist. Aber so konnte ich sie austesten. Halt, jetzt sind wir wieder am Anfang. Wir haben auch ein neues Foto gemacht. Das Eichhörnchen, ne? Okay, dann holen wir jetzt mal den USB-Stick. Achso. Ich bin eine wahnsinnige Wurzlöcke heute. Noch mal einen Moment. Ja. Das ist das erste Mal. Ich bin eine andere Frage. Irgendwie spule ich zurück, wenn ich mein Mikrofon an- und ausschalte. Aber dann geht es einfach mit dem USB-Scheiß auf. Ist irgendwie nicht so gut. Ich habe eine SMS gekriegt. Von Mama. So ein Arschloch. Okay, vielleicht hätten wir uns doch für die andere Sache entscheiden sollen. Und nicht darüber, dem Direktor das zu erzählen. Da habe ich mich doch mal dafür entschieden. Ja, der bestimmt einen triftigen Grund dafür. Ich weiß es nicht mehr. Es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Okay. Okay. Kekse! Ach lol, stimmt. Die laufen jetzt wieder raus. Das stimmt allerdings. Happy Birthday, Maxine. Alles Gute zum Geburtstag, Maxine. Wir werden nie den Tag zu deiner Geburt oder deines ersten Lächelns vergessen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Heute ist dein besonderer Tag. Wir vermissen dich, sind aber sehr stolz, dass du deine Träumen verfolgst. Wir lieben dich, Mama und Papa. X. Das sollte man sich öfter denken. Scheiß drauf, was angesagt ist, solange es dir selber gefällt, zieh es an. Keine Ahnung, wer das ist. Ich will auch meine Gitarre spielen. Aber ich gucke nie dazu. Ich will auch meine Gitarre spielen. Ach, das ist so schön. Ich spiele einfach nur hinsetzt und mache mal was tun. Da sind wir von 10 Minuten Aufnahme ungefähr 3 Minuten verrotzt und eine davon an der Gitarre gehängt. Die sind richtig produktiv. Was das wohl ist? Baseball oder so? Baseball? Football? Seht ihr die Arzt wie Football, ne? Wow. Oh. Ist das lustig? Irgendwann. Ich muss mir auch noch die ganze Harry Potter Filme selber kaufen. Äh, Bücher. Ist es beruhigend, dass ich nicht die einzige bin, die mit Gegenständen spricht? Eines Tages. Eines Tages. Hey, ich habe mir deinen USB-Stick ausgedient, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn noch brauchst, führst du ihn in meinem Zimmer. Ich habe mir einen USB-Stick ausgedienten. Ich habe mir einen USB-Stick ausgedienten. Ich habe mir einen USB-Stick ausgedienten. Das Spiel ist natürlich super für jeden, der irgendwie Ahnung von Fotografie hat. Aber so für mich sind das irgendwie alles extrem bürbische Dörfer. Daniel hat schon eine Skizze meiner neuen Muse. Ich bin so attraktiv an dieser Seite. Schau an diese vintagen Beauty. Warren macht mich lachen. Es ist schön, dass ich hier schon einen echten Freund gemacht habe. Dankesbezeugungen zu überschütten. Ich habe auch eine recht vielseitige Sammlung an TVs hier in den Kohlklässig an abgefahrenen Filmen auf einem fetten USB-Stick, falls du sie dir ansehen willst. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich bin eher Wissenschaftler als Künstler. Kannst du mir kurz erklären, wie eine Kamera funktioniert? Bis bald, Warren G. Ach, der ist aber auch echt süß. Hier wird sie ein Löffel von Fotos. Hockey, natürlich, als Hockey. Sieht irgendwie lustig aus. Ist das dann der Fremont-Troll? Hamilton, the greatest. Ich sollte die Thrift-Store hoch und etwas Dollar-Vinyl holen. Ist das zu hipster? Ich muss sagen, mit Vinyl konnte ich nie was anfangen. War nie meins. Also ich glaube, es weiß mittlerweile jeder, wer Chloe ist in dem Spiel. Ich finde es krass, dass sie sie nicht erkannte, den Klo. So cheesy, aber es macht mich schreien, zu denken, auf den Tag, dass Mom und ich das zusammengeklebt haben. Oh, das... Kann ich nach... äh, witzig, Quatsch. Sorry, das Gleiche habe ich mit meinem... mit meinem Anzug. Ich habe immer nochmal meinen Anzug genäht. Achso, jetzt guckt es sich wieder um, ne? Das stimmt. Das war so dummisch. Und es fühlt sich so, wie es weitergeht. Und es fühlt sich so, wie es immer weitergeht. Vielleicht kann ich nur wundern, und herausfinden, dass ich das alles träumte. Oder wie Poe sagte, ein träum within ein träum. Ich finde, diese Bilder waren total... auch wenn sie sich wiederholt. Ähm, so toll. Ich will auch so eine. Achso, ich will die nicht ausschalten. Warren even left me a little message with this flash drive. He's such a goofball. Ein Max oder alle, die es interessiert. Der infirmische Inhalt dieses USB-Sticks ist von grausamer, lebensverändernden und kontroverser Natur. Diese Sammlung wurde mit äußerster Sorgfalt und für den anspruchsvollsten Zuschauer heruntergeladen. Ich gratuliere, sieg dir zu deinem Geschenk und erwarte mit Spannung deine Bewertung von Cannibal, Holocaust und Ultra-Vixens. Peace, Warren G. Also, ich seh bei Weiden nicht aus wie so 24. Aber ich fühl mich auch nicht wie 24. Ich hab irgendwie so das Gefühl, ich bin bei 18 hängen geblieben. Okay, ich glaub, wir haben ja alles angeguckt. Ne, wir machen noch die... Äh... Die Anlage aus. Und jetzt müssen wir zu Dana, ne? Wo war die denn noch mal? Das ist jetzt schlecht. Ich brauch die ja einen USB-Stick. Hey, Juliette. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room, because we're cool. Was hat sie gesagt? Äh, Katana ist halt freudig. Was hat sie denn gemacht? What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Äh, why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Äh... War das nicht? Mason? Oh, Watson. Ähm... Wie kann ich nochmal zurückspulen? So. Woher weißt du? Oh, woher weißt du das? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Okay, we're going to go back to her. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I'm not letting her out until she tells the truth. Okay, we're going back. Nochmal. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room. Yes, in Ordnung. Juliet Watson, sei lieb. Juliet Watson, you'd be nice. I'm flattered. Uh, of course I do. Thanks. I locked Dana in, because she was... Würde Dana das tun? Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. Max, I swear... Das ist irgendwie jetzt nicht das... Hey, Juliet, is everything cool? Oh, yes, Max. She's your friend. Friends don't sex with their best friend boyfriend. No, probably not. How did you find out? Uh, why do you care? That's why I'm talking to you now. What's my last name? Don't let me out. I was... Watson. Juliet Watson. Uh, I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Just because I don't talk a lot doesn't mean I don't care. So, how did you find out about them? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. Arschstumig. According to Victoria. Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I said Victoria did. I know the group is in her room. Ah, lol. Ich hätte hier vielleicht zuhören sollen, ne? Wo ist Victoria? Victoria da hinten. Upsi. Treten. So. Mal sehen. Outsch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Liebe Mrs. Chase, vielen Dank für das Einreichen ihres Breitags an die Croft-Galerie. Leider ist ihre Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Wir wissen ihre Mühe zu schätzen und wünschen ihnen Erfolg für die Zukunft. Mit freundlichen Grüßen Amanda Croft, Eigentümerin der Croft-Galerie Oigan, Oregon. Oh. Nein. Also ich bringe sie jetzt nicht durcheinander. Das ist irgendwie böse. Wir sind ja nett. Wir waren ja vorhin auch nett. Wir sind ja nett zu uns. Ach. Nöt. Okay, ich würde mir niemals in so groß Bilder von mir selbst im Bikini ins Zimmer hängen. Schon ein bisschen artistisch. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Tatsuka ist ja tatsächlich geil. Boutique Arttech. Erschaffen sie ihre Zukunft. Springen sie ins 22. Jahrhundert mit einem Tatsuka 3D Drucker. Kreieren und produzieren sie ihre Vision. Heute bestellen, auf morgen vorbereitet sein. Aber kostet ja nur 3600 Dollar. Gott. Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. Okay. Mark Jefferson. Internationeller Fotograf Mark Jefferson. Öffentliche Ausstellung. 5. November bis 1. Dezember 2009. Bean Hip Café. Mit dieser Anzeige gibt es einen Dollar abatt. Wen kümmert es ein Miststück? Oh. Das ist hart. Was hat die denn gemacht? Re-Collection Fotos von Mark Jefferson. Re-Collection Fotos von Mark Jefferson. Victoria. Mary Beth. Oh. Lol. Wo kommt das denn jetzt hier? Ja gut. Hallo Kampfzeug. What? Äh, Freunde 857, aber nicht 1126. Huppala. Boom. Das ist die E-Mail, die ich brauchte, Juliette. Jetzt muss ich das schnell ausfragen und weg. Die E-Mail ausfragen. Die E-Mail ausfragen. Victoria Chase to Taylor, Kristen, St. Taylor. Super waren sie gleich, damit sie sich gerade schuldig und Dana verarscht habe. Ich musste Julia bloß sagen, dass ich einen ekligen Sext von Dana auf Sext-Handys gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechte ich jeden Moment mit einem Amoklaub vom Wohnheim. Das hat Julia verdient dafür, dass die Staffel mit Sex weggenommen hat. Was Dana angeht, wen kümmert's. Hol das Popcorn raus. X, E, W, X, V, C. Okay, E-Mail drucken. Wer schreibt sowas denn als E-Mail? Ist doch dumm. Achso, wo ist denn der blöde Drucker jetzt? Ach, da. Die Blackwell-Totium. Das Wesen der Berichterstattung seit 1898. Ist der Vortex-Club ein Kult von Juliet Watson. Einer der anfassreichsten und langlebigen sozialen Gruppen, likewise der Vortex-Club, wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Way für die Million gegen die Juppie-Kräfte der Regan-Ära gegründet. Stell dir gleich eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis und sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohren wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Fußballspieler zwei oder drei exotische Piercings. Der Vortex-Club war also einst ein Zuflungsort von dem Kuppenzwang, den jede Generation erlebt. Wie ironisch es ist, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler das als elitärer Kult beschreiben. Oder ist es bloß Neid auf eine von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchten Vortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. Ich habe heute irgendwie Probleme mit dem Vorlesen. Ich hoffe, das stört euch nicht.